Musik Moinsinn und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Stellaris und willkommen zurück auch in meinem wunderschönen Bärenreich, meiner Skyldari Konföderation. Ja, wir sind immer noch dabei, uns hier so ein bisschen auszubreiten. Ich finde immer noch keine kolonisierbaren Planeten hier in der Gegend. Hier haben wir noch eine Anomalie, die wir gerade erforschen. Ich mache mal die Geschwindigkeit wieder ein bisschen höher. System Survey Complete, das hören wir noch gerne. Verblüffend. Ah ja. So, Moment, hier müssen wir gleich mal das System erkunden. Das gehört nämlich zu einer Aufgabe. Zu welcher Aufgabe gehörte das eigentlich nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir haben schon so viele Aufgaben, so viele Sachen, die wir tun müssen. Beschaffung von Alien-Exemplaren zum Beispiel. Das ist auch schon wieder so ein Ding. Treibende Wolken. Research Complete. Ah, ah, ah. Neue Technologie ist immer gut. Evading Hostile Fleet. Ah, Hostile Fleet ist nie gut. Was erforschen wir denn? Komm, Gauss-Geschütze erforschen wir jetzt. Ist auch ganz wichtig, dass wir hier... Wie gesagt, militärisch müssen wir ja ein bisschen aufrüsten. Weil wir hier wahrscheinlich bald Probleme mit der Dis-Konföderation kriegen. Ja, die Dis-Konföderation, die hat es auf uns abgesehen. Ähm, ah, und ich kann die Flotte mal wieder verbessern. Das sollte ich mal wieder tun. Auch wenn die Verbesserung nicht groß zu sein scheint. Aber man sollte ab und zu doch mal die Flotte ein bisschen aufrüsten. Das kann nicht schaden. Und ich schätze mal, hier könnte es einen kolonisierbaren Planeten geben. Kann das sein? Ne, Wüstenwelt ist nicht kolonisierbar. Wie sieht es hier aus? Gaia-Welt. Was ist denn eine Gaia-Welt? Gaia-Welt kenne ich noch gar nicht. Aber Gaia-Welt klingt eigentlich gut. Weil Gaia ist ja... Mutter Erde, ne? So, mehr oder weniger. Nein! Wieso siedeln die hier unten? Die Schweine wollen uns einkreisen. Guckt euch das an. Die wollen uns einkreisen. Hier das Pirate-Konsortium. Okay, scheiße, scheiße, scheiße. Wartet, 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 wartet. Wir brauchen dringend noch ein Forschungsschiff, würde ich sagen. Wir bauen jetzt hier mal noch ein Forschungsschiff. Und... Dann erforschen wir mal dieses System hier mit diesem Gaia-Planeten. Parallel dazu... Ships upgraded, genau. Gehen wir mal gleich hier mit der Flotte. Gehen wir mal gleich hier hin. Und dann befreien wir dieses Gaia-System. Da sind ja irgendwie immer noch... Da sind ja irgendwie noch Gegner drin. Oder da wurden Gegner gesichtet. Und dann wird das da kolonisiert. Dann breiten wir uns halt in die Richtung aus. Wenn wir uns halt schon nach oben nicht mehr ausbreiten können. Was, wer ist gestorben? Nein, Wissenschaftler ist gestorben. Ah. Ist nie gut. Brauchen einen neuen. Wen nehmen wir denn da jetzt? Äh... Den hier. Verdammt, jetzt habe ich hier einen, der eigentlich für den Ingenieursbereich gar nicht geeignet ist. Ach, egal. So, jetzt hat hier jemand wieder was erforscht. Ne? Ihr habt erforscht. Ah, hier, 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 hier. Das Projekt musst du erforschen. Mensch! Kannst doch nicht aufhören, das Projekt zu erforschen. So, ich bin mal gespannt. Jetzt kommen wir ja auch von hier bis hier hin. Mal schauen, ob da Gegner sind. So, wie sieht es hier aus mit euch? Genau, das ist die Flotte. Ich muss jetzt aber erstmal warten, bis das Schiff fertig ist. Das Forschungsschiff, das ist auch fertig. Da rekrutieren wir gleich mal... ihn hier. Der hat nämlich ein niedrigeres Fehlschlagrisiko bei Anomalien. Das ist sehr gut. Gut, den schicken wir gleich mal hier hin und die Flotte schicken wir hier hin. Dann können wir nämlich gleich, wenn die Flotte die Feindschiffe beseitigt hat, können wir gleich mit dem Forschungsschiff nachrücken. Und können da gleich forschen. Was ist denn das eigentlich? Ach, das sind mal wieder hier so... Was sind das? Weltraum am Öben. Orthus. Das ist das sogenannte Orthus Delikti. Bäh. Das sieht schon, äh, ziemlich, ähm, appetitlich aus. Und sie sind, glaube ich, auch gerade... Sie haben uns gerade gesehen. Kann das sein? Boah. Schießen, ja, die Schweinchen. Da geht's ab. Hier, guckt euch das mal an. Und geht's hier. Nicht schlecht. Macht sie platt. Jawoll. Sauber. Okay, gleich pausieren. Wir schicken da jetzt nämlich gleich erstmal unser Forschungsschiff ins System. Das kann das System gleich mal erkunden. Hä, hat der das jetzt nicht pausiert? Ich hab doch hier drauf gedrückt. Also manchmal, ne? Also ich glaube, ich sollte echt die Space-Taste benutzen. Anstatt immer da oben zu drücken. Weil ich hab schon oft das mal festgestellt, wenn man hier oben drückt, macht es zwar dieses Typ, das man da drauf gedrückt hat, aber es ist trotzdem immer noch beschleunigt, die Zeit. Und nicht pausiert. Das find ich immer noch ein bisschen doof. Jude-Überreste. Hier, ne? Hier war das. Okay. System erkunden. Immer weiter, immer weiter. Immer forschen. Und ich muss sagen, ich bin gerade sehr zufrieden damit, dass unser Ausstoß an Mineralien so hoch ist. Das beschleunigt natürlich einige Projekte enorm. Wenn wir jetzt mal hier noch eine Bergbaustation errichten, dann wird der Ausstoß noch ein bisschen höher. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich werde jetzt erstmal kurz, ich hab jetzt pausiert, ihr habt's gesehen. Ich werde jetzt erstmal kurz hier die Gebäude upgraden, die ich upgraden kann. Damit wir auch noch ein bisschen mehr Energie dazu bekommen. Weil Energie ist gerade so ein bisschen ein Engpass. Und das müssen wir ein bisschen ausgleichen oder versuchen es auszugleichen über planetare Einrichtungen. Planetargebäude und so. Und hier vielleicht auch gleich nochmal ein Labor bauen. Genau. Hier machen wir mal das Geländefeld frei. Denn hier können wir ganze zwei Forschungspunkte für Sozialforschung abstauben. Die brauchen wir unbedingt. Wenn ihr seht, ist die Sozialforschung ist bei uns der schlechteste, hat bei uns den schlechtesten Forschungswert. Das ist gar nicht gut. Das müssen wir ändern. Das geht besser. So, hier bauen wir mal ein Kraftwerk. Und zwar... Ne, wartet mal. Wir bauen hier mal einen... Baue ich da einen Energiehub? Ja. Ich baue da einen Energiehub. Dann bauen wir hier noch ein Kraftwerk. Und... Diese Sachen löschen wir mal. Ach, das geht nicht. Okay, wir haben keine Mineralien mehr. Alles klar. Na gut, wir haben das jetzt weit genug erstmal ausgebaut. Lasse ich die Zeit erstmal wieder weiterlaufen. Ich werde das immer so machen, wenn wir hier eine ordentliche Menge Mineralien haben. Dass ich dann hier erstmal die Zeit pausiere, damit ich in Ruhe die Spielzüge machen kann. Ganz wichtig. So, und sobald hier dieser Gaia-Planet erforscht ist, werden wir gleich mal in diese Richtung hier siedeln. Denn wir müssen unbedingt verhindern, dass die Hanseln hier, dass die sich... Dass die uns hier einkreisen. Die dürfen uns nicht einkreisen. Dann können wir uns nämlich nicht mehr weiter ausbreiten. Ganz schlecht wäre das. Ah ja, wir haben hier... Wir haben den Gaia-Planeten erforscht. Alles klar. Gleich siedeln. Gar nicht erst warten, sondern gleich dahin. Klolonisieren. Oh, das ist kein großer Planet. Ist aber egal. Hauptsache wir haben hier einen Außenposten. Guckt mal, da ist nämlich schon ein Forschungsschiff von denen unterwegs. Habt ihr das gesehen? Da. Da sind sie. Die kleinen Schweinchen wollen uns dieses System wegschnappen. Also die wollen es zumindest erstmal erforschen. Aber da besteht auch das Risiko, dass sie es einen wegschnappen. Gaia-Planet. Okay. Bin mal gespannt. Auf diesen Gaia-Planet. Huch. Ach, mal wieder so eine Wahl. Immer diese Walen. Das gibt's doch nicht. Wer die Qual hat, hat die Wahl. So, da kommt unser Forschungsschiff. Äh, unser Kolonisationsschiff meine ich natürlich. Interessant. Oh. Sternreisende, wir grüßen euch als Gleichberechtigte. Da haben wir eine Vogelrasse entdeckt. Habt ihr das gesehen? Eine Vogelrasse. Auch gut. So, wir müssen mal unbedingt auch mal hier freiräumen. Da sind auch Gegner. Was ist eigentlich mit der Flotte? Die Flotte, die kann mal... Die kann mal zurückgehen. Die kann sich mal heilen. Schön für ihn. Ach, unser Forscher ist akribisch. Ja, genau. Der hat eine neue Fähigkeit bekommen. Ist natürlich nice. Da kann er jetzt gleich mal hier die Trümmer erforschen. Researche complete. Ah ja, Moment. Wir können wieder forschen. Dann forschen wir doch mal Weltraumblitzleitung, würde ich sagen. Und hier forschen wir an... An daran. An daran. An dem Schadensbonus für Armeen und Feldproduktion Mineralien. Das ist immer gut. Und wir haben hier oben ein System erkundet, ne? Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Genau. Guck mal, hier ist so ein Spezialprojekt. Immer gleich erforschen, diese Sachen. Ganz, ganz wichtig ist das. So. Also der forscht und der da oben forscht auch. Und hier läuft die Kolonisierung. Wunderbar. Sehr schön. Das ist ganz wichtig, dass wir hier kolonisieren. Und hier das Konstruktionsschiff, das kann hier mal noch in Forschungsstationen bauen, damit wir auch schön Ingenieursforschungspunkte kriegen. Und danach, wenn wir hier die Kolonie haben und hier den Einflussbereich ausgedehnt haben, dann können wir hier nämlich noch ein paar Bergbaustationen bauen und sowas alles. Das unglückselige Schicksal des Planeten ist eindeutig den Launen des Kosmos geschuldet. Eine Gravitationsstörung nach misstrauischer Betrachtung der Sonne des Systems machten die Skyldarian Wissenschaftler einer vorübergehenden Raum-Zeitanomalie als wahrscheinlichen Verursacher aus. Hat den Planeten aus seiner natürlichen Umlaufbahn in einen Orbit gezwungen, der viel zu nah an der Sonne vorbeiführt. Der Planet schraubt sich zwar langsam wieder an seine ursprüngliche Umlaufbahn zurück, wurde aber seither von der Restwärme des Sterns gekocht. Was? Einfach so gekocht. Was ist hier? Hier ist auch ein Spezialprojekt. Wartet mal. Mal kurz pausieren. Pausieren. Wie er es nicht macht. Genau, das ist ein Spezialprojekt, ne? Forscher hat Fähigkeit 3 oder höher. Okay, da brauche ich einen von meinen Veteranen-Forschern. Vielleicht Inchek hier. Guck mal her. Du musst mal hier was erforschen. Kollege. Und du? Du machst stattdessen hier weiter. Oh. Fliegt der da gerade über ein gefährliches System? Kann das sein? Wartet mal. Die Flotte, die reparieren wir mal und rüsten sie dann gleich auf. Moment, ich kann erst reparieren und dann aufrüsten, ne? Machen die das jetzt? Fliegt der da jetzt hin? Das hier, das hier wird ein bisschen kritisch. Der Zwischenhalt, glaube ich. Da weiß ich nicht, ob da Gegner sind. Das System ist auch noch nicht erforscht. Aber wartet mal an sich. Wenn das noch nicht erforscht ist, kann er das ja eigentlich gleich machen hier, der Kollege. Wartet mal. Jetzt kann ich's machen. Dann kann er gleich das System hier erkunden. So, Flotte ist repariert. Dann rüsten wir die auch gleich mal auf. Und hier in der neuen Kolonie sehen wir mal zu, dass wir da auf der Oberfläche gleich irgendwie Nahrungsproduktionen an den Start kriegen. Entweder hier oder hier. Am besten eher noch hier. Was? Rivalität beendet. Disk-Konfederationen haben ihre Rivalität mit United, Bacterium, Konglomerat beendet. Oh, das ist immer schlecht. Dann suchen sie sich bald einen neuen Gegner. Und das werde wahrscheinlich ich sein. Ist nur so eine Vermutung von mir, ja? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich der Nächste sein werde auf ihrer Liste. Das liegt irgendwie auf der Hand. Hier müssen wir unbedingt mal weiterforschen. Weiter erkunden. Immer weiter erkunden. Ist das hier? Mein Forschungsschiff, genau. Und die forschen hier, ne? Die erkunden, genau. Alles gut. So. Kolonie established, genau. Also die Kolonie wurde gebaut. Und hier können wir jetzt gleich mal ein paar... Erstmal eine Forschungsstation hier hin bauen. Dann kriegen wir nämlich wieder Sozialforschungspunkte. Ganz wichtig. Und wir haben Arbeitslose. Was? Wo, 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 wo? Moment. Erstmal pausieren. Erstmal pausieren. Bevor... Wenn ich jetzt hier baue, muss ich pausieren, weil... Sonst geht das alles zu schnell. Ähm... Auf dem Planeten würde ich sagen, bauen wir auch mal einen Energiehub. Wir haben nämlich auch genug von diesen Punkten hier, die wir dafür brauchen. Deswegen können wir uns das leisten. Wir verbessern die Bergbaunetzwerke, die Kraftwerke. Hier bauen wir auch noch ein neues Kraftwerk. Und hier bauen wir ein Forschungslabor. So, genau. Dann passt das auch. So, wo war jetzt die Feindflotte? Wo habe ich da jetzt eine gesehen? Wo war die jetzt? Hier oben, ne? Wo ich gerade hingeflogen bin. Okay, dann warten wir mal kurz. Dann lassen wir den mal zurückfliegen. Die Weichen nehme ich jetzt aus. Dann fliegen wir einfach hier oben irgendwo hin. Wir forschen da einfach weiter. Das geht ja auch. Dann umgeben wir die Penner hier einfach. Haben wir es? Genau. Machen wir einfach da oben weiter. Das geht ja auch. So. Die sind hier noch am Anomalie erforschen. Beziehungsweise am sich dorthin bewegen. Das System wurde erforscht. Oh, 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 oh. Ganz wichtiges System. Ganz wichtiges System hier. Guckt mal. Terraforming-Gase sind hier. Terraforming-Materialien. Die brauchen wir auch unbedingt noch. Das heißt, wir müssen den Planeten eigentlich auch irgendwie unter unsere Kontrolle kriegen. Hier muss es doch irgendwie noch kolonisierbare Welten geben in dem Quadranten. Das ist ja ganz schrecklich, wie trocken das hier ist und wie, wie, wie trostlos. Und hier unten können wir, können wir erforschen. Guckt mal. Da müssen wir gleich mal mit dem Forschungsschiff hin, wenn das mit der Anomalie hier fertig ist. Müssen wir gleich mal da unten weitermachen. Und da auch. Wie sieht es eigentlich mit der Flotte aus? Ist die geupgradet jetzt? Wir bauen mal, wir bauen mal hier noch Zerstörer, damit die Flotte noch ein bisschen kräftiger wird. Zwei Stück und noch eine Corvette. Übrigens, falls ihr euch fragt, warum ich nie diesen Schiffsdesigner hier benutze. Man kann ja hier Designs laden und kann die verbessern und so. Es ist tatsächlich so, dass die Schiffe, die man hier baut, ja, die sind automatisch immer mit den besten Waffen bestückt. Das heißt, ich muss da jetzt nicht irgendwie in diesen Schiffsdesigner gehen und mir irgendwas zusammenbasteln, was vielleicht dann nicht so gut wäre, wie die automatische Bestückung. Also, ich weiß nicht, ob es da noch irgendwie einen anderen Vorteil gibt, wenn man die Schiffe selber designt. Es kann durchaus sein, dass es da noch irgendwie einen Vorteil hat oder so. Aber ich mache es momentan, nutze ich einfach immer nur das automatische Design. Also, erfahrungsgemäß reicht das komplett aus, ja. Und ich habe auch Angst, ein bisschen Fehler zu machen. Da ich, wie gesagt, mich nicht mit den einzelnen Waffen so gut auskenne. Construction Complete. Ah, guckt mal, hier, 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 hier müssen wir gleich mal eine Farm bauen. So, hier bauen wir mal gleich ein Forschungslabor. Hier auch. Dann machen wir hier nämlich so ein, hier auch. So, dann haben wir hier nämlich Bio-Forschung auf dem Planeten am Start. Und das ist nicht schlecht, das ist nicht verkehrt, das brauchen wir. Ja, also Bio-Forschung, ich meine jetzt hier Sozialforschung. Aber das sind ja Bio-Labore, die diese Forschung generieren. Research Complete. Ah ja, okay, das haben wir jetzt auch erforscht, sehr schön. Trefferpunkte, Militärstationen. Das ist, glaube ich, ziemlich wichtig, das sollte ich erforschen, noch wenn es 63 Monate dauert. Mehr Trefferpunkte ist immer gut. Hier haben wir jetzt auch eine Forschungsstation errichtet, das ist auch schön. Dann bauen wir mal hier daneben gleich noch Bergbaustationen, sobald wir die Materialien dafür haben. Momentan haben wir... Ah. Der Tazagoid ist ein extrem tödliches Raubtier, das seiner Beute nachts im dichten Dschungel von SCS Yalziba nachstellt. Sie mit Elektroschocks lehmt und ihr dann das Gehirn mit seinem röhrenartigen Mund heraussaugt. Boah, das erinnert mich an From Beyond. Leider fielen drei Besatzungsmitglieder der SCS Yalziba diesen Kreaturen zum Opfer, bevor ein Exemplar gefangen werden konnte. Das Museum für Exobiologie auf Skyldaria wird einen seiner Flüge nach diesem tapferen Offizieren umbenennen, um ihr Opfer zu ehren. Na, klasse. Okay. Dann seid ihr jetzt hier fertig, ne? Dann könnt ihr gleich die nächsten Aliens erforschen. Höhöhö. Immer weiter forschen. Immer schön weiter forschen. So, und ihr hier, ihr baut jetzt die Bergbaustation. Dann kriegen wir auch wieder mehr Baumaterialien. Ist immer wichtig. Welches System Survey ist complete? Hier oben, ne? Ja. Das ist complete. Dann erkunden wir mal gleich weiter. Immer schön weiter erkunden. Die sind noch dabei. Die sind noch fleißig. Wo ist eigentlich das Konstruktionsschiff? Hier, ne? Die bauen gerade, genau, die bauen gerade die Bergbaustationen. Dann könnten wir hier noch zwei errichten. Evading hostile fleet. Was? Evading hostile fleet. Da oben, ne? Ja. Das war leider klar. Müssen wir mal gucken, was wir da stattdessen jetzt erforschen für ein System überhaupt hier noch hinfliegen können. Hey, guckt mal. Hier, hier, hier ist ein Spezialprojekt. Da sollte ich eigentlich mal versuchen hinzukommen. Mal gucken, ob wir über den Weg da auch sicher hinkommen. Es kann natürlich sein, dass hier wieder Feinde sind. Müssen wir mal schauen. Das wäre schon gut, wenn wir dieses Ausrufezeichen hier noch erforschen könnten. Das ist nämlich eines von diesen Alienrassen Spezialaufträgen. Bevor hier wieder kolonisiert wird von den anderen und man da wieder nicht hinkommt. Weil da müssen wir nämlich mit denen hier immer verhandeln, dass sie uns in ihr Gebiet lassen. Und das ist immer ziemlich nervig. Da müssen wir denen ganz schön viele Zugeständnisse machen. Und das ist nicht so toll. Ja, okay. Es klappt leider doch nicht. Und ich glaube, von hier komme ich nicht da hin. Da müsste ich jetzt erstmal das Forschungsschiff upgraden. Und bis ich wieder von hier nach hier unten geflogen bin und dann wieder von hier nach hier oben. Naja, ihr wisst schon, das dauert halt leider sehr lange. Das Forschungsschiff hat nämlich noch einen veralteten Hyperantrieb. Ja, aber das sollte ich trotzdem mal versuchen eigentlich. Aber Moment mal, hier können wir hinfliegen. Oder auch nicht. Wartet mal doch, das geht. Wenn wir uns hier hin bewegen. Und dann von da aus hier hin, das geht doch. Jetzt darf da nur kein Gegner sein. Mal schauen. Ist jetzt hier eigentlich mal... Ist jetzt hier eigentlich mal... Ist jetzt hier... Ah, je, je, die sind fertig. Genau. Dann erforscht mal hier das System. Jawohl, da sind keine Gegner. Nice. Dann können wir nämlich von hier nach hier fliegen. Super. Und ich würde sagen, an der Stelle ist die Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Stellaris. Und dann wird weiter geforscht. Ganz fleißig. Bis zur nächsten Folge Stellaris. Bis dann. Ciao, ciao. Ah, Evading Hostel Fleet. Evading Hostel Fleet. Wo, wo, wo? Ach, da unten. Alles klar. Was? Yoda? Ach, ne, J. Okay. Ich mach jetzt mal Pause, damit ich jetzt hier nicht unterbrochen werde wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.